Musik Also es ist super, eine mega coole Stimmung, so wie man es ursprünglich vorgestellt hat. Es ist ja auch wie eine Community. Und das stärkt einen auch, das motiviert auch, wenn man die Leute wieder sieht. Wieder im Unterrichtssaal zu hocken, den Dozenten vor Ort zuhören, auch die Unik spüren. Wir sind immer alle mega froh, dass wir jetzt Präsenz machen konnten. Es ist wirklich toll, zurück in person zu sein. Es ist wunderschön, weil man wieder sehr viele neue Gesichter sieht. Und das ist richtig, Und das ist ziemlich слож, eine große Rolle!